wäre, würdet ihr nur gegen Bots spielen. Oh mein Gott, habt ihr euch das schon mal überlegt, Leute? Stellt euch einfach vor, ihr geht jetzt zum Beispiel in eine Runde Brawl Ball rein und es gibt keinen anderen Spieler auf dieser Welt, der in eure Runde auch kommen würde. Keine Randoms, keine Teammates, nichts. Was würde dann passieren? Ihr würdet ziemlich lange im Matchmaking sitzen und dann würde wahrscheinlich, ja, würde wahrscheinlich die Lobby aufgefüllt werden mit Bots. Also mit zwei Bot-Mates und drei Bots-Gegnern sozusagen. Also nicht mit echten Spielern, sondern mit Computer-Gegnern. Selbst wenn ihr auf 800 Pokale, 900 Pokale spielt, weil ich glaube, es ist gar nicht möglich, kein Spiel zu spielen, wenn kein Spieler dazu kommt, wenn ihr wisst, wie ich meine, Leute.